Geht meine Hälfte! Geht meine Hälfte! Geht meine Hälfte! Geht meine Hälfte! Einmal Schöneweg! Ich hab mit meinen Freunden im Kindergarten immer Fußball gespielt. Fußball ist natürlich meine Leidenschaft und mein Leben. Mir gefällt der Mannschaftssport, die Freude, den Ball zu schießen, Tore zu schießen und einfach Spaß zu haben. Fußball ist in mir drin. Manuel Neuer war der Grund, warum ich dann Torwart geworden bin. Ich finde es sehr schön, von hinten auch den ganzen Überblick über dieses ganze Spiel zu haben und auch die Mitspieler anzufeuern und dieses Gefühl, wenn man einen wichtigen Ball hält, das ist ein sehr schönes Gefühl, was man auch immer gerne fühlen möchte. und das ist ein sehr schönes Spiel. Ich wusste auch von Anfang an, dass Fußball das ist, was ich will und das ist, was ich brauche. Und hätte ich Fußball nicht gehabt, dann glaube ich, wäre mein Leben komplett doof. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie ein Leben ohne Fußball wäre für mich. Alles gut! Weiter, schieß! Du hast Zeit! Rimmel ihn an! Entscheidung! Sehr gut! Manche sagen zum Beispiel mal, ja, warum gehst du auch trainieren? Bringt dir nichts oder so? Oder du kickst, warum brennst du gegen einen Ball? Das macht gar keinen Sinn. Aber wir verstehen halt alles nicht dahinter, was Fußball eigentlich ist und was das auslösen kann. Alles einfach frei auf dem Spielfeld. Wir haben zwei Optionen. Entweder wir sagen von vornherein, die Jungs, die sind so kräftig und so groß und da haben wir keine Chance. Oder wir sagen, wir sind technisch so gut, wir können das damit kompensieren. Das ist eure Entscheidung auf dem Platz. Ach, Mädchen können auch Fußball spielen? Das gibt's ja gar nicht. Hast du ja noch nie erlebt. Also manchmal sind da so alte Rollenbilder noch total im Kopf. Tiefer noch weg! Tu einer! Klar kriege ich blöde Sprüche wie Mädchen sind schlecht, aber ich ignoriere die Sprüche einfach, weil ich weiß ja, wie es in Wirklichkeit ist. Es gab Jungs, die sind dann auch immer sehr ausgerastet, wenn ich zum Beispiel jetzt kleiner Flitzer, die immer getunnelt habe oder daran vorbeigegangen bin. Auftaktbewegung, meine Damen! Kommunikation! Viel lauter muss das Jungs werden! Körperspannung rein! Komm! Frauenfußball in der deutschen Gesellschaft ist nicht anerkannt. Ja, glaube ich ganz stark. So, meine Damen! Fokus! Heute! Jetzt! Spiel! Meine Frau hat mich nach meinem ersten Mädchentraining gefragt, na, wann trainierst du wieder Jungen? Und da war meine Antwort eigentlich ganz spontan, ich werde nie wieder Jungen trainieren. Greta, geh hier raus! Greta, geh hier raus! Jule macht! Am Anfang denken wir bestimmt mal, ja, die kann eh nicht gut Fußball spielen oder kicken. Und dann, wenn man dann zusammen auf dem Platz steht mit Jungs oder so zusammen mitspielt und dann plötzlich da die Tricks zeigt und so und dann ein Tor schießen und dann schauen die alle so verwundert. Das übergeordnete Ziel von den Mädels, wo die auf jeden Fall alle hinwollen, ist in die erste Mannschaft. Wenn man das in Prozenten ausdrücken und 100 als Maximum, dann ist denen das 150 Prozent wichtig, dass die das schaffen. Dafür nehmen die diesen ganzen Aufwand in Kauf und fahren hierhin ständig, trainieren drei-, vier-, fünfmal die Woche, machen ihre Spiele, da wollen alle hin. Jetzt gehe ich öfters zum Schalker Training. Das ist natürlich das Besondere, da geht ja nicht jeder hin. Und ich bin halt auch so gesagt die Kleinste da. Mein Ziel ist es natürlich, Profi zu werden. Der Weg ist natürlich sehr lang und es ist auch ein total schwieriger Weg. Aber ich glaube halt immer daran, dass ich es schaffe. Keine Angst vor dem Ball. Guck den Ball an. Körper stark machen. Im Moment ist es ja so, dass die meisten Frauen hier in Deutschland, also eigentlich alle noch einen Nebenjob haben zum Fußball. Und ich hoffe mit der Zeit ändert sich das noch ein bisschen, dass die noch mehr Geld bekommen. Und dann, wenn ich groß bin, dass es vielleicht dann so durchgesetzt wird, dass die vielleicht sogar genauso viel wie die Jungs bekommen. Ein Mädchen auf dem Weg zum Profi muss eine ganze Menge an Sachen mitbringen. Erstmal muss sie gut Fußball spielen können. Sie muss totales Verständnis haben. Sie muss eine Teamplayerin sein. Sie muss auch einen Willen haben. Sie muss einfach ihren Weg gehen. Wenn jetzt jemand den Ball verliert, dann kommt mir das so vor, als wenn oft nur einer hinterher rennt, der dann so richtig motiviert ist, den Ball wieder zu holen. Wenn man zum Beispiel, was weiß ich, jetzt schon drei Dinger kassiert hat, da sind halt manche sehr angepisst, so gesagt. Und die haben dann auch wenig Bock, arbeiten nicht mit. Durch das Rummeckern verliehen wir unsere Mentalität und unsere Motivation. Und deshalb werden die Bälle auch nicht besser. Und das nervt halt manchmal auch schon. Wir sind ein Ausbildungsverein. Wir wollen ganzheitlich ausbilden. Und ganzheitlich ausbilden bedeutet, dass wir die nicht nur fußballerisch ausbilden, sondern auch, dass wir denen gewisse Werte mitgeben. Also, dass man Respekt voreinander haben muss, dass man tolerant gegenüber anderen ist, dass man im Kollektiv häufig auch sehr weit kommt, dass man sich gegenseitig helfen muss. Das sind ja auch alles so Werte, die wichtig sind im Alltag. Jetzt haben wir ja ein bisschen was gesagt. Der Mut fehlt gerade noch in der Gruppe, auch mit Namen anzusprechen. Ich finde, man muss das als Mannschaft klar kommunizieren, weil sonst brauchen wir uns die ganze Mühe hier nicht machen. Alleine auf dem Platz könnt ihr keinen Krieg gewinnen. Das funktioniert nicht. Ich sage euch, das Team wird nur besser, wenn man sich ausspricht. Wie viele Damen schaffen es in die Bundesliga? Von unserer Mannschaft würde ich sagen, wenn es zwei, drei sind, dann sind sie schon sehr hoch gegriffen. Das Schwierige ist einfach, die Uhr 15 am Ende der Saison geht für manche Mädchen der Weg hier in unserem Verein weiter und für manche eben nicht. Ich habe noch so viel, was ich lernen muss im Fußball, aber das, was ich bis jetzt erreicht habe und kann, darauf bin ich stolz. Und ich werde immer weitermachen, werde weiter trainieren, sodass ich irgendwann auch ganz groß rauskommen werde. Positiv, gut! Also Fußball hat schon den Ehrgeiz in mir geweckt, also so richtig in mir geweckt. Wenn ich was will, zum Beispiel auch in der Schule, dann will ich das und schaffe das auch. Okay, wir wollen das Spiel heute gewinnen. Wir werden das Spiel gewinnen, okay? 100 Prozent! Also, kommt Folger! Wollen wir die Spiele gewinnen? Ja!